hi ho meine lieben rollenspiel und zwergenfreunde willkommen zu einem nagelneuen projekt von mir und ja nagelneu ist nicht ganz so übertrieben weil ich heute mit gauntlet anfange ah gauntlet einige von euch kennen sicherlich mein hammerwatch let's play und gauntlet ist das urgestein dieses genres also der dungeon crawler metzelspiele wenn man so sagen möchte und das hier ist jetzt das remake von gauntlet also ein spiel in den beiden helden durch einen riesigen dungeon steuern jede menge monsterschnitzel und goldheit sacken ja das spiel ist erst vor zwei tagen am 23 september rausgekommen und ich dachte mir ich mache dazu ein schönes blind let's play also ich habe nur mal ganz kurz reingeguckt das erste level gemacht das war es auch schon gut lange rede kurzer sinn wir starten das spiel können den schwierigkeitsgrad wählen sieht man wie sich schön der kopf daneben verändert totenschädel also leicht ist da kriegen wir nur wenig kriegen wir weniger gold und die monster sind halt so lala also das möchte ich nicht nehmen normal sieht schon etwas böse aus der totenschädel mit hörnern und einer axt schwierig hatte kapuze und zwei extra und unverglühen die augen neben dem ganz normal einfach normal für das blind let's play und kommen die sogenannte spiele lobby ja das spiel ist eigentlich ein koop spiel als als koop spiel ausgelegt wir könnten also privat oder öffentlich spielen freunde einladen und so weiter bleiben aber mal bei privat so und dann haben wir hier die vier vier klassen zur auswahl krieger walküre zauberer 11 die werde ich euch jetzt nach und nach mal vorstellen angefangen beim krieger also ja tor der krieger man merkt das ist ein bisschen nordisch angehaucht obwohl der junge hier er aussieht wie kohlen der baba starten wir mal kurz im spiel mit dem wir können nämlich jederzeit wieder die lobby wechseln also hierhin so da sind wir in der lobby also im spiel anfangsgebiet sozusagen da ist ein händler also der einzige händler sowie in hammerwatch gibt es hier auch einen händler aber eben nur den einen und das ist unser krieger tor so im gegensatz zu hammerwatch steuern wir hier ein bisschen mit der maus also den cursor hier und damit auch die blickrichtung von ihm gut wir haben einige fähigkeiten also erstmal haben wir mit der maustaste den einfachen leichten schlag der einfach durchpischt dann haben wir mit der rechten maustaste einen schweren hammerschlag der den boden sogar kaputt macht genau wir können mit der shift taste den aus die ausweich bewegung von unserem helden machen also in seinem fall ist das einfach ein dash der mehr in die gegner reingeht als raus und mit der leertaste können wir seine special aktivieren in dem fall einen klingenwirbel genau gut das war's zum krieger also der perfekte haut drauf gehen wir zurück zur lobby gut als nächstes den elf den habe ich ein bisschen angespielt 321 aber ins spiel so das ist der ranger oder der elf der kann normal mit der linken maustaste feine verschießen und zwar ziemlich schnell mit seiner mit seinem mg bogen mit der rechten maustaste kann einen zielschuss machen der sehr weit geht genau ich muss immer mal kurz ins pause menü gehen dass der cursor richtig angezeigt wird also zu einem ziel dinger wird das ist wahrscheinlich noch ein kleiner bug der wahrscheinlich noch behoben werden wird nun mal so zur erklärung also rechte maustaste zielschuss shift taste ist rollen in die richtung in der sich gerade bewegt so kommt er aus einer gegner menge gut raus leertaste seine bombe platzieren ähnlich des rangers aus hammer watch und er hat noch eine sonderfähigkeit nämlich wenn er zielt und wir dann die leertaste drücken verschießen wir einen sprengpfeil was ziemlich praktisch sein kann und man sieht schon ich habe mit ihm 15.000 gold schon zusammen gesammelt weil ich mit ihm das erste level hier gespielt habe also man sieht level zwei ist bereits verfügbar aber wir werden ganz normal mit level 1 beginnen gut zurück zum spiel lobby nächster charakter der zauberer so der zauberer merlin ist eine sache für sich denn er hat keine special muss in dem sinne sondern er hat zauber kombos und zwar sind wir hier unten in unserer lebensbalken normalerweise die special fähigkeit angezeigt wird sein aktuellen zauber und zwar ist das im augenblick einfach ein feuerfall so der magier besitzt drei zauber attribute nämlich rechte maustaste ist blitz leertaste ist feuer und schifftaste ist eis und je nachdem wie wir die kombinieren kriegen wir zauber raus die zeige ich euch mal ganz kurz also nehmen wir erst einmal feuer feuer ist der feuerball die wir gerade hatten dann gibt es blitz blitz das ist eine schutzsphäre genau also jeder gegner der versucht da reinzukommen der wird gegrillt und dann haben wir noch eis eis einen eisbeam ja und natürlich können wir auch die ganzen sachen kombinieren also eis feuer gibt uns so einen eis stachel eis blitz gibt uns eine kugel blitz kugel oder eine forst kugel die verlangsam wahrscheinlich gegner die da drin sind also ja ich habe den magier noch nicht richtig im kampf ausgetestet also das war jetzt blitz feuer und blick also eis feuer und eis blitz jetzt haben wir feuer eis das ist so eine art kurs strecken teleporter also sozusagen der mit dem wir schnell wegkommen und wahrscheinlich auch den gegnern schaden machen wenn wir da durch sie durchmähen so das war feuer eis feuer blitz haben wir auch noch das ist ein großer eine große feuergranate so dann haben wir noch blitz eis das ist der ketten blitz der im augenblick gar nichts macht weil keine gegner da sind und blitz feuer das ist einfach bloß ein schockstoß ja in dem sinne her weiter mag hier einfach nur ein zauber hat und keine spezialfähigkeit und normale angriff und so unterscheidet er sich von den anderen drei charakteren ziemlich stark das ist wahrscheinlich auch der schwierigste chartern zum spielen ist ja auch ist ja meistens so dass magier etwas schwieriger sind so zurück zur lobby wir wählen nämlich für das let's play die walküre ganz einfach aus dem grund wir hatten ja im hammer watch let's play den paladin der mit schild und schwert gekämpft hat und ich dachte mir das führen wir einfach hier in gauntlet fort und nehmen die walküre die mit schild und schwert kämpft ja thürer die walküre okay ab damit ihr in die in den haupt eingang so lassen wir kurz laden so wir sind die walküre gut als walküre können wir noch mal mit dem schwert angreifen wir können einen schwer machen also ja die walküre kann auch einen schwer benutzen dann können wir unseren schild mit shift hochheben dadurch blocken wir gegnerische angriffe und wir können unseren schild werfen morgen wie eine frisbee gut das wird also der char unserer wahl und mit dem stürzen wir uns jetzt mal ins erste level also man sieht hier schon es gibt insgesamt drei gebiete mit jeweils vier leveln und die werden nach und nach freigeschalten also im augenblick haben wir level 1 und 2 vom ersten gebiet nur freigeschalten weil wie gesagt ich habe das erste level war testweise gespielt also gehen wir mal rein mal sehen ob du dich gegen die macht der toten behauptet und schwarzer magie erfüllte gräber das wird schmutzige arbeit ich werde meinen könig finden er muss hier unten irgendwo sein ja und jeder char hat hat auch ein bisschen hintergrund story sie sucht irgendwie ihre könig aber wir wissen noch nicht sehr viel also ich habe vom anfang her nicht viel mitbekommen es gab ein kurzes tutorial da hat man aber nicht viel herausgehört jetzt über ihre absichten als die absichten des jeweiligen chance wobei ich glaube dass der ranger einfach bloß plündern will und ja den typ den wir gerade gehört haben das ist der besitzer des gauntlets des mächtigen artefaktes was wir suchen so wir zerschlagen hier erst einmal ein paar prüfungen durch so einmal kurz durch die toten gehauen und weiter geht's ja also der hat ein bisschen mehr spaß daran uns einfach durch prüfungen zu hetzen als dass er aus als dass er hier aktiv irgendwas gegen uns macht weg mit dem magier und weg mit euch so das hat uns jetzt schon mal gut erwischt wir haben noch die hälfte unserer lebenspunkte das heißt wir müssen ein bisschen aufpassen weil wir haben nur die grenzen leben wie man da oben sehen kann hier oben rechts ist unsere lebensanzeige unsere lebensanzeige also wie viel leben wir noch haben nämlich eins und der rote balken darüber also der sich langsam füllt zeigt an wie lange wir brauchen um noch ein leben zu bekommen das war jetzt nicht so gut äh schild hoch so da sollten wir raus kommen aus der explosion so der magier muss weg und der da sollte auch mal weg so also ja gerade eben hatten wir einen spawner die ich gerade in einer hektik auseinander genommen habe so sagen wir hier das gold ein so ja zwei küre ist das gar nicht mehr so einfach da müssen wir wohl öfter den schild oben halten und da haben wir auch schon eine falle durch die wir schnell durch sollten einen schlüssel den können wir uns aber an der tür da sparen ja das erste level ist nämlich glaube ich immer gleich also ja jedes level hat unterlevel das hier ist jetzt das erste unterlevel von level 1 so und hier können wir einfach drüber sprechen so so komm zombies so wow das hat es wieder erwischt so weg mit dem magier und dann locken wir gleich noch mehr an warum nicht so so weg mit den zombies und dem zombies spawner vor allen dingen so oder den mumien eben genau das sport nämlich immer weiter mumien bis wir ihn weggeschlagen haben und wir sollten aufpassen wir haben nicht mehr viel leben so das hast du verdient sehr gut schlüssel einsammeln und dann aufpassen naja hier gibt es leben übrigens im gegensatz zu hammerwatch kann man ihn kann man ihn kordle die das essen kaputt machen aus versehen so und ich sollte vorsichtig sein und nicht so viel die angriffstaste spammen so weg mit dir und hier schön ja und wir werden manchmal verhöhnt so von unserem dungeon master so weg mit denen mal ok ich muss mich wirklich dran gewöhnt öfter den block zu benutzen bis der karte wird ja frei 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 bis der karte wird ja frei